So, es geht weiter hier bei Prince of Persia, ja, ähm, äh, haben wir irgendwo ein sowas wie ein Wasserbecken oder, ja, also natürlich wie ich überhaupt wahrscheinlich immer dann, wenn ich mal dran denke, dann ist da keins da, und immer wenn ich es vergesse, dass ich mal ein Wasserbecken brauche, sind es natürlich immer, oh, wow, das war eigentlich immer so, äh, ich vergesse mal, ich renne mal in den Wasserbecken vorbei, wenn ich mal dran denke, dann ist da halt keins. Gehen wir hier mal weiter, vielleicht treffen wir Pharah mal wieder, wir haben in der Vision da schon einen Ansatz gesehen, ah, da runterfallen ist ganz so gut, ich mal, damit er sich aber sowas aus wie ein Seil oder so, wir sollten da hinspringen, wenn er zu inkompetent dafür ist, guck mal, ich kann keinen Anlauf holen, weil dann dreht sich die blöde Kamera wieder. So, jetzt. Ne, ne, komm, da. Jetzt schwingen wir mal ein bisschen her. Gucken wir mal, ob wir es gegen Schalter schwingen oder ob wir es gegen springen müssen, ich weiß es gar nicht. Nein, dreh dich mal bitte, dreh dich, danke. So, und jetzt, so, ich bin noch ein bisschen meine Otten gerückt, ich glaube, das ist ja jetzt. Ah, das ging ja wirklich. Wie komme ich jetzt da durch? So, oben ist noch ein Geschalter. Ah. Oh, ich habe mein Rätsel gelöst, ohne groß dabei zu verkacken, weil er mich zu blamieren. Wow. Das würde ich bei meinen Gästen spielen, aber nicht erst bei mir ein Gästen. Nein. Okay, ich muss dich also beeilen. So, jetzt sind wir durch. Ich habe mal eine Sekunde weg, einen Moment. So, weiter geht's. Ähm, das Telefon hat nur geklingelt und deswegen muss ich kurz reingehen. So. Ähm. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt gleich mal zu dem Schalter da hinten. Ich mache noch kurz die Uhr wieder an, damit ich mal weiß, wie lange ich ihn aufnehme ungefähr. Weiß ich mal gerne. Wir sagen, wir ziehen nochmal da ran. Vorher, wie startet das Ding das nochmal neu. Und zwar hier ist noch ein Sanddinger. Von dem wir mittlerweile auch nochmal mehr haben. Was dem nochmal den Ding jetzt vielleicht so ausgezogen ist. Boah, Mann. Hä? So, wie direkt mal ein starker Anfang dieses, sag ich mal, Zeit-Pakurs. So. Wäre auch zu einfach gewesen. So, jetzt ziehe ich aber, danke. Ziehen wir nochmal raus. Geh mich oben. Au. Oh, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Mann, der darf doch mal was mir unterdurchrollen. Oh, was war das denn? Ich bin noch gesprungen. Boah, das Spiel klingt grad wieder richtig an. So eine Passage mache ich mir nicht. Ich hole nicht. Die Kamera sich alle paar Sekunden erinnert, wenn man nicht mal springen kann. Ja, ich kriege mich auch. Ich weiß. Ja, das Ding. Geh mich nicht mehr weg. So war das nicht. Ja, so, jetzt ziehe ich mal den Ding her. Ja, das haben wir auch schon mal gesehen, der hat doch. Wow, wer hat das denn geschafft? Au. Kannst du mal versuchen, ne? Soll ich hier mal wieder rausfinden, ich hätte das halt nicht nur einen starken schaffen, ne? Eben hat es auch geklafen. Eben hat es auch geklappt. Wie soll denn jetzt nicht? Meine Güte. Was soll ich denn da machen? Ja, ich rede mich wieder nur hier auf dem Spiegel. Pfarrer? Ja, ich kann auch schon schauen, wenn ich nicht wenig leben kann. Ja, ich kann auch schon schauen, wenn ich nicht wenig leben kann. Ja, ich gehe doch gerade mal raus. Mann, das fackt mich an, dass die auf dem Boden noch draufkloppen. Mann, was soll ich da denn machen? Wird nicht mehr der Entwickler, würde so einen Klappen gegen so einen Viech machen. Ja, ich war doch gar noch mal ein bisschen vorhanden. Die haben nie gesehen, dass die an einem Klappen werden, wenn das Weg gerade weg war. Nein, Mann. Ja, toll. Ja, wiederholen hier, zack ich. Nein, 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 das war so. Ich bin drauf hier ein bisschen angekordet, dass das Spiel mich gerade aufzieht und immer so eine Stellen, also ich verstehe das immer, das soll nicht so leichter nehmen. Aber wenn er auf dem Boden noch aufkommt, das soll ja auch möglich sein. Und ich dachte, man muss immer Glück haben, was das nervt dann total. Ich gucke mal an, ich habe Regenganese wieder, weil ich gucke ja auch Park Park zum Beispiel. Ich will doch wegrollen, ich kann nicht mehr weg. Ich will doch mal dringend machen und ich abbrechen. Wie geil, man trifft ja, die kloppen alle gleichzeitig drauf. Konnte doch nicht möglich, weil ich keine Waffen haben, heute toll. Wie geil, man trifft ja, die kloppen alle gleichzeitig. Geil, da bin ich ein großes Ausflug, indem ich den kleinen hier am... perfekt. Die blauen scheinen einmal als die großen, weil die sind deutlich stärker. Oh ja, ich habe gar nicht was draus. Geil, wieder volles, fast volles Leben. Na komm mal so, ich habe Spaß, ich glaube nicht, das ist mir jetzt. Weil es ist ja nicht gerade einfach hier, hier muss man mal ein Leben abgaben. Oder die greifen mal an hier. Aber wenn die immer schon angreifen, wer mal nicht machen kann. Das macht auch keinen Spaß. Das macht auch keinen Spaß. Das macht irgend, wenn ich auf. Das macht auch nicht sicher. Das macht einen Fall, ich zum稱anzieren. Wer ... Seid ihr da? Seid ihr da? Na gut, denn vielen Dank fürs Zuschauen, ich speichere dann erstmal. Wir gucken jetzt noch die Vision und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.